So, guten Morgen, wir kommen zurück zu Big Pharma. Hatte ich... Spiel, ein Spiel der Gewinnspannung. Mal kurz gucken. Ah, stimmt, das hatte ich nicht so gut abgeschlossen, ganz schlecht. Uff, hm. Hm, oh Gott, innerhalb von 8, ach du Scheiße. Hm, das kann ich doch nicht. Teuer und schlecht, egal. Ähm, ich stelle 500 an. So, Spiel ist pausiert. Kann man das Spiel überhaupt pausieren? Ich glaube, es ging gar nicht, ne? Hm, besser zu Schlafmitteln. Hm, Spendungsinstrum. Mögen wir doch mal das da an. Jetzt weiß ich noch, wie das geht. Ich weiß es noch, ja. Das ist so einfach richtig, ähm. Dann... Baue ich gleich mal zwei. Warum nicht? Bauen wir zwei. Und dann... ...brauchen wir noch den Spaß hier. Gut, und dann haben wir ja noch Geld. Wir haben noch Geld. Ist ja gut, ähm. So, rechte Maus, das da. Kann das verschieben? Äh, wusste ich natürlich. Okay. Also, hm. Vielleicht sollte man links gucken. Einfach mal links gucken, da kann man die Zeit anhalten. Ähm. So, zum Beispiel. Gut, äh, brauchen wir jetzt auch nicht. Kaufen erst mal noch ein dick Kohlenzeug hier. Ähm. Was brauche ich? Andysamin. Das heißt, im Import hier noch... Moment, das importiere ich doch schon, oder? Ja, klar. Das brauche ich jetzt noch. Hm. Hm. Ja, passt schon. So, das muss ich... ...zweinmal nach unten stufen. Ach, du Scheiße. Und dann ist das total beschissen. Okay. Kriegen wir hin. Ich spiele das jetzt nicht so kompliziert, dass man dafür... ...dass man das nicht grundsätzlich lösen kann. Ähm. Ähm. Wirkstoffe. Ich hab's doch. Hab ich... Das ist jetzt echt. Die hab ich nicht. Stell mal einen ein. Ähm. Kildungssystem, äh, Beschmerzmittel. Ähm. Gut, äh, halt, Forderung nicht. Einstellen. Und dann... ...dann, Leute, wir zwei. Das ist schon mal... Stell ich noch einen ein. Aber sowieso zwei, ne? Mach das mal weg hier, bitte. Später kommen wir noch ein bisschen DOS spielen. Ich weiß nicht. Ähm. So, ich... ...hat ja gar nichts weiteres. Äh, verbessern mit Dissolver. Guck mal, Rad hab ich noch gar nicht, ne? Ich hab nur Dissolver und Verdampfer. Ähm. So, was war das jetzt? Das war... ...das da, hm? Das müssen wir auf vier bis sechs runterbringen. Oh Gott. Vier bis sechs. Ähm. Eins. Drei. Wie viel hat das? Sieben. Boah, also noch zwei. ...drei. Hm. Dann haben wir das nicht. So, dann konnte er das verschieben. Ich weiß doch, was ich tue. Das ist eine Lüge. Wie immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, viermal runter geht's auf sechs. Und dann haben wir jetzt mit Dissolver verbessert. Dann muss ich jetzt mal gucken, was rauskommt. Dann muss ich erst mal gucken, was rauskommt. So mag ich meinen Streams, wenn niemand da ist und ich auf niemanden reagieren muss. Das ist genau die richtige Menge an Arbeit für mich. Und ich hab leichten Schnupfen. Das ist der Wahnsinn. 12.000 Grad, ich hab Schnupfen. So, was hab ich denn hier? Oh Gott, jetzt muss das wieder hoch bis zum Erbrechen. Fünf. Ich muss mindestens auf 12. Das wird doch nix. Eins. Zwei. Wie lange dauert denn denn diese Forschung hier noch? Zu lange. Zu lange. Okay. Ach du Scheiße. Vier Jahre wie ein Rangmeister. Sag's dir so einfach, wir brauchen diese Forschung. Wirkstoffe. Wie sieht's denn da aus? Scheiße. 65 Prozent. Könnt ihr jetzt Gas geben? Vielleicht nicht. Ach, Idiot. Mich hätte vielleicht früher schon das Grundkämpfung tun können machen. Ja, wie Jupps. Konkurrenz. Kann ich die nicht aufkaufen? Oder Brandanschläge machen? Was ist denn billiger? Was ist billiger? Die Konkurrenz kaufen oder sie niederbrennen? Ich brauche das Nächstes. Haut. Haut. Ich bräuchte eine Haut. Ist das ein Organ? Können wir bitte mal... Brauche ich Schlafmittel? Nein. Ich schluck's dir trotzdem hin. Einfach mal eine Doppeldose. Die Wand sieht auch sehr gut aus. Warte mal, fährt mal auf Wassereinbruch. Prüfen mal, habe ich die Aufnahme gestartet? Ich hab die Aufnahme gestartet. Ich nehm gar nicht auf. Ist mir auch... Ach, hier aus 4 und 8. Ach so, das ist das da. Hier mach ich 32... 94. Ja, das ist doch schon mal was. Gut, das hat keine Nebenwirkungen. Im wenigsten zudem. Ja. Muss ich denn entscheiden. Erkältung oder Verstopfung? Ist beides irgendwie scheiße. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Erstmal durch alles durchklicken. Beucht Gicht vor? Hm. Könne ich auch mitnehmen. Äh... Beuchen wir mal Gicht vor? Äh, muss ich das jetzt... zweimal runterbringen, ja. Sehr gut. Äh... Firmenzentralen... Äh... Nee, es braucht Erweiterungen. Äh... Was wollte ich tun? Ach, richtig. Ich wollte... Ähm... Das muss... 4 runter. Das macht... Das macht... Das macht... 3... Und... Ich weiß was ich tue, das ist eine Lüge, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Hier kann man nichts ersetzen, nein. Gut, also das ist jetzt 5, jetzt muss ich auf 12 hoch. Auf 12 hoch, was ist das denn? 7, 6, ja, wird es halt nochmal runter. Was willst du machen, also ich muss auf 12 hoch. Jetzt weiß ich, der 3er macht nur 11. Ist halt unschön, aber was willst du machen? Was willst du machen? Zum Beispiel, was will ich anderes? Ich mag das Spiel so ein bisschen. Ist jetzt nicht so die Komplexität in Reinform, aber... So, was willst du denn überhaupt Schlafmittel? Okay, warum nicht? So, was kannst du? Du kannst Gicht vorbeugen. Brauche ich nicht, nehme ich aber trotzdem. Dazu muss ich jetzt... 2 runter. 2 runter. 2 runter muss ich dazu. 1, 2... Polizei kommt vorbei. Jetzt bin ich Geld. Ich hasse es, wenn ich kein Geld habe. Das ist tatsächlich etwas ungünstig. Was brauchen wir denn noch so? Schmerzmittel. Ich brauche Schmerzmittel. Wustenkrämpfe und Hautausschläge. Wie sieht es denn hier so aus? So auch forschungstechnisch. Eher so... So was kostet denn so einen Tablettendruck überhaupt? 2000. Äh. Wenn ich es noch 5x 3 bekomme, ist es vielleicht sogar hinsichtlich richtig rumzustellen. Vielleicht. Halte ich zwar nicht für wahrscheinlich, aber... Ich träume halt. Gerne vor mich hin. Tablettendrucker. Ich bräuchte Geld. Das Spiel ist so realistisch. Ich habe einfach kein Geld. So. Ich kriege jetzt mehr Geld. Äh. Wenn ein Beucht gicht vor. Es gibt nicht mal Nebenwirkungen. Luxus. Schlafen mit Albträumen. Mir egal. Besser als gar nicht. Naja. Wobei. Hustenkrämpfe, Hautausschlag und Schmerzmittel. Das Spiel gibt mir wieder nicht die richtigen Sachen. Das ist gleich fertig. Richtig schön fertig. Ach. Ich habe hier schon wieder technische Probleme. Das ist ja Deluxe hier schon wieder so. So. Kann ich noch nicht. So. Warte. So. Könntest du mal hier mal fertig werden und so. Das wäre ganz geil. Ich habe doch keine Zeit. Also ich habe schon Zeit. Ist ja auch keiner da, der mitzuguckt. Von daher. Passt schon. Äh. Unternehmen. Ich mache mit allem Gewinn. Das finde ich doch schon mal schön. Ähm. Was braucht das? Das braucht auch nur einen. Ich gebe mal den Analysator. Wäre auch ein Tor oder der Scheiß hier. Ähm. Apropos Scheiß. Ähm. Ich habe doch irgendwas mit Haut. Hautausschlag. Ein Hautausschlag. Ja. Perfekt. Lindert Hautausschlag. Ich brauche nur noch Geld. Ich könnte mir einen Kredit aufnehmen. Aber ich nehme so ungern Kredite in den Spielen auf. Ich weiß was passiert wenn ich das mache. Ich gebe Pleite. Das ist so. Das ist so mein Standard Move wenn ich Kredite aufnehme in den Spielen. Hm. Hautausschlag muss nur einmal reduziert werden. Hm. Hm. Aber warum. Hm. Das ist immer scheiße. Egal warum ich es ausstelle. Mhm. Mh Towart ist gespeichert. Sehr geil. Gut. Hätten wir das auch schon mal. Da kann ich gerade nichts weiteres erforschen. Ne. Warum geht das soviel schneller als der Rest? Was ist das für ein Unsinn? Ah Gott. Ich bin immer müde. Das hat jetzt mit Dings gar nichts zu tun mit den Medikamenten. Menschen arbeiten einfach viel zu viel. Einfach mal weniger arbeiten, dann bist du auch nicht müde, wenn du mal eine Medikaner hinnehmen willst. Ich muss hier mal kurz was notieren. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Sehr gut, wenn man nebenbei noch mit anderen Dingen belästigt werden muss. Weil Leute es manchmal nicht hinbekommen, sich irgendwie an so zeitliche Vereinbarungen zu halten. Das ist auch ganz schwierig. Ich brauche noch was mit Husten, Krämpf und Schmerzmittel. So. Wer bist du? Das ist immer sehr schön, solche Leute. Ich liebe es. Ja, die Würde kann mir nicht ob denn das... Ah, ich habe sie bei. So, was machen wir als nächstes? Äh, Wüstenexpedition. So, wo war ich? So, wo war ich? Adibiotikum. Adibiotikum. Habe ich Geld? Ich habe Geld. Das ist definitiv nicht so wie in der Realität. Ähm, oder ich warte noch, bis ich das da habe. Also, das ist jetzt wieder diese Frage. Warten oder nicht? Weißt du, bei 94%, ne? Ja, ja, ich glaube, wir können warten. Warten wir kurz. Zwei Wochen später warten wir kurz. Ah, na, also. Gut, habe ich jetzt, was habe ich denn jetzt bekommen? Ähm, meine Diversierung, ADHS-Mittel. Ne, das nehme ich jetzt nicht auch nur auf. Ähm, sowas würde ich jetzt machen. Irgendwas mit Antibiotika, ne? Ja, ja, ja. Jetzt importiere ich mal dies. Ähm, vier bis acht. Ich finde das acht, das hat zwölf. Ähm, dann brauchen wir einmal diesen hier. Und diesen hier. Ähm, dann sind wir bei acht. Dann müssen wir das gleich wieder verstärken. Ja, ich habe doch keinen Schrein. Dann müssen wir den Scheiß dann gleich wieder verstärken. Bauen wir das mal schön eng aneinander. Und. Ne? Bin jetzt blöd. Sie ist acht, wird besser mit Agglomerator. Tänken. Du. Du. Du.